Herzlich willkommen zurück hier bei Watch Dogs und nach der letzten Mission, die ja echt super lief, wo ich glaube ich auch ein bisschen Glück hatte, will ich jetzt hier auch gar nicht lange rumquatschen, sondern in die nächste Mission rein starten und um ehrlich zu sein, ich habe die schon mal angefangen und ich glaube ich habe mich einfach mal wieder total dusselig angestellt, einfach bloß. Ich werde euch aber gleich erklären, warum ich mich da wohl zu dusselig angestellt habe. Okay, finden wir den Mistkerl und bringen es hinter uns. Wir haben Defaults Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er Iraks Material auf dem Markt verkaufte, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte da nichts mehr für Damien. Oh Mann, ein Volltreffer. Wo bist du? Hier ist eine Webcam. Sind da ein Zugang? Hören Sie dir an, was ich gefunden habe? Okay, Problem ist, ich soll ja hier unser nettes Handy nehmen und den Zugangspunkt lokalisieren. Ist es mir aber so, entweder habe ich nicht richtig aufgepasst beim Tutorial so am Anfang oder ich muss irgendwas drücken, keine Ahnung. Aber ich bin hier das letzte Mal auch schon eine ganze Weile rumgelaufen. Ich werde jetzt auch noch mal kurz rumlaufen, um zu gucken, ob es dann von alleine halt den Standort trackt, den ich brauche oder eben nicht. Ich glaube aber eher nicht. Deswegen nicht wundern, wenn es dann gleich einen Cut gibt. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Ich kann ja hier noch mal ins Café gehen. Bei mir war so, dass der es automatisch macht. Aber hier habe ich ja auch nichts. Hier habe ich bloß die beiden Typen. Oder vielleicht die... Was haben wir denn hier? Fokusboost. Ah ja gut, als ob ich den jemals benutze, wenn er nur aus Versehen... Irgendeine Art... Oder ich muss dann wirklich hier die Webcam, von der er gerade gesprochen hat, finden. Weiß ich nicht. Guten Tag. Ihn stört das anscheinend auch überhaupt nicht, dass wir hier hinter ihm... rumstehen. Naja. Ist halt ganz locker. So. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Also wie gesagt, ich war hier überall schon. Hat mir aber nichts angezeigt, dass der Kreis irgendwie kleiner wird. Oder dass ich hier irgendwie ein Ziel gefunden habe. Ich kann jetzt spaßeshalber... Ich wollte gerade sagen, warum läuft der nicht schneller? Aber der läuft ja schon schneller. Oh. Alles klar. Na gut, dann muss ich wohl doch keinen Cut machen. Gut, weil das ist mir jetzt nämlich neu gewesen. Äh, warte mal. Wie, äh, wie werden das nochmal? Äh, achso. Äh, jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich hier überhaupt hinkomme. Äh, das bringt gar nichts. Äh, hier runter. Na. Warte. Äh. Kann sich, äh, wie... Wie immer nur noch um Stunden handeln. Jetzt haben wir den offen. Den schicken wir da rüber. Den schicken wir da hoch. Und schon sind wir drin. Ah. Äh. 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 Das ist broteneier Scheiß. Alles Prototypen. Ja, und nur? Ich bin verliebt. Tybone, pack schon ein. Check, genau. Wir sind hier drin. Ach, toll. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Ja, mal schön weiter DNA dran basteln. Wunderbar, Achim. Äh, kann ich die irgendwie ausschalten von hier aus? Anscheinend nicht. Das musst du wohl alleine machen. Wo ist der? Würdest du mir sagen, du... Ah, da hinten ist er dran. Haha, auch nicht schlecht. Okay, ah, ich muss hier hoch. Ja, wir haben ja genug Feuerkraft. So, wo ging's denn jetzt hier nochmal hoch? Äh, war das jetzt hier rechts und dann hoch? Kann ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Shit, 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 shit. Ja. Ja, 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 ja. Ach, hier ging's hoch. Ach so, eine, eine Schwäche. Ich hab eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum. Also, am Mann. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Was sagst du da? Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach klauen. Schau. Ob das jetzt so schlau war? Wow, oh, oh, den... Ach so, ich muss ihn beschützen. Äh, warte, warte, warte. Nein! Es war vielleicht ein bisschen zugestüm. Ich sollte vielleicht wieder ein bisschen vorsichtiger reingehen, aber nach der letzten Mission, ey, das war... Äh, war das einfach nur... Der Kerl hat Fixer angeholt. Ah, hier kann ich auch nicht. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem fucky Prototyp. Äh. Wow, wow, wow. Oh, Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten. Da bin ich, glaube ich, da kommt er. Ja. Auf seinem Computer. Ach so, eine, eine Schwäche. Ich hab eine Schwachstelle gefunden. Er steppt die Daten mit sich rum, Alter. Ja, das wissen wir schon. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber... Äh, nein! Könnt doch den Zivilisten töten, Mann. So, der ist auch weg. Du wurfst keine Granate. Die müssen wir beschützen. Wow, 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 wow. Alter, was? Was hat mich denn da getroffen? Ey, komm. Kann doch nicht eingehen. Ich mein, ich bin zwar relativ scheiße im Schießen, aber so scheiße, warum schmiert wir nicht? Ja, ich will das aber gar nicht. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem fucky Prototyp. Wo verdammt hat er das hier? Okay, der sieht mich bestimmt gleich. Au, 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 au. Oh, shit, oh, shit. Alter, was haben die denn für Wummen, ey? Dass ich hier gleich tot bin. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Das glaube ich euch sogar, dass er was abkriegt. Beinschuss. Noch ein Beinschuss. Eierschuss. Du hast einen Scheiß, hast du. Geht doch. Ja. War es das? War es das? Oder muss ich ihm hinterher? Er sollte den Wagen nehmen. Okay, er ist weg. Ich werde ihn trotzdem rein. Oh, und noch eine Sache. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CTOS rumgefummelt hat. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist der Ziel Nummer 1. Na, toll. Warum kann ich nicht ihn von den geilen Karren nehmen? Scheiße, ist er jetzt zu weit weg, oder was? Nein. Ist doch hier drüber. Oh, okay. What the fuck? Was ist hier kaputt? Oh, natürlich. Oh. Scheiße. Na, toll. Fuck, ich hätte hochfahren können. Ach, jetzt setzen die so eine Scheiße auch gegen mich ein. Ja. Äh. Das heißt, es ist gut, dass ich mich mit der Karre wesentlich bewegt bin, ja? Ja. Ja, mach er mal. Nein, 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 nein. Die kommen mir doch jetzt hier nicht etwa hinterher, oder? Knall in ihn rein. Ich müsste doch hier eigentlich safe sein, oder? Theoretisch. Vor allem mein Wagen. Nein, nein, ich wollte hier nicht runter. Ich bin auch nicht den verfügbaren Mann. Scheiße, scheiße, wow, 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 wow Fuck Ich wollte eigentlich auch auf die Bahn stehen Und darüber abhauen Beim Moppet machte ich das echt nicht schlecht Shit Und die haben Wesentlich größeren Wumms gekriegt Das ist echt kacke, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich fahr schon mal Ah, okay Ja, toll Der hat jetzt also genau die gleichen Scheißmöglichkeiten Wie wir Ja, mach das mal Oh, das ist echt rotzig Fuck Das Ding ist, ich würde da jetzt gerne wieder hoch zu den Bahnschienen Aber ich weiß nicht, ob ich das mit dem Auto so weit hinkriege Oder ich muss einfach töten Okay, was heißt einfach Oh, 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 oh Ja Hast du super gemacht Oh, das Ding ist, der nimmt mir jegliche Möglichkeit Wow Okay, das war cool Ein bisschen touchiert, aber das war trotzdem cool Oh Wow, wow, wow Komm, komm, komm Komm schon Komm schon Natürlich mache ich einen Abflug Ja, ich bin bescheuert Ich weiß nicht Inwieweit finden die mich denn hier? Oder kann ich hier in den Zug rein? Und mich verpieseln? Wahrscheinlich eher nicht Weil ich ja noch auf einer Mission Nein Auf einer Mission bin, wa? Oder geht das? Findet ihn Wo ist er hin? Seht ihn jemand? Ich hab Ja, Schnellreise will ich auch gar nicht machen Wir haben ihn wieder Wir Wir brauchen Hilfe Alter, ihr seid Kilometer weit weg? Oh, nein Scheiße Heißt also, die tracken mich so Ist egal, wo ich mit dem Zug hinfahre Die verfolgen mich ja trotzdem Aber das kann doch nicht ewig so gehen, oder? Okay, da sind sie weg Zieh dich nochmal um Wir hatten ihn Ey, wir sind da Warum? Oh, fuck it Ganz ehrlich, ich glaub, da muss ich alle töten Und ich hab irgendwie das Gefühl Das wird nicht so leicht werden Weil da immer mehr und mehr und mehr kommen Scheiße Fuck Wo ist das Arschloch? Shit Warte mal, ich könnte doch hier nochmal ein bisschen höher, oder? Ich bleib einfach mal hier oben Okay, hör zu So, formieren Es hat funktioniert Es hat funktioniert Wunderbar Ganz geschmeidig Ganz stilvoll Einfach mit dem Zug Auf und davon Schön Okay Okay, sind zweimal noch da Aber es kann mir eigentlich egal sein, oder? Und Wenn das jetzt so weiter geht Müssen es, glaub ich, bloß noch Ich weiß gar nicht Vier, fünf Folgen sein? Bäh Wenn ich jetzt mal auf die Mission gehe Und ich das wirklich schaffe Pro Das kennt doch jeder Ah, okay Und mehr hast du nicht? Und sechs Willst du den auch? Ja Behalt den Boah Ey, ein Spielverderber Naja, egal Na gut Dann mal auf Weil unser Zug ja leider gerade abgefahren ist Oder es stand jetzt noch einer da und ich hab wieder einfach nicht gewartet Aber ich sag mal Wow Wow Entschuldigung Ich weiß, so weit ist es doch nicht, oder? Ein bisschen Zeit Hab da ja hoffentlich mitgebracht Ist ja bei meinen Let's Plays Nicht so unüblich Ich weiß nicht, ob bloß wie ein Lautstärke bei mir falsch eingestellt ist Aber ich hab immer das Gefühl, dass das übel laut ist auf den Ohren Ciao Ah ja Eben Minütchen Und wir sind da Oh Gott Tschuldigung, tschuldigung, tschuldigung Wow Aber ich möchte doch sagen, dass ich irgendwie Fahrverhalten aufgelevelt hab, oder? Das fühlt sich irgendwie nicht so wirklich dann auch an So Ganz geschmeidig hier rum Aber was mir Oh Falsches Link Was mich jetzt trotzdem mal interessiert Fortschritt Weil ich spiel das ja schon eine ganze Weile Da sind noch fünf Sechs Missionen Naja Was? Theoretisch sind es dann noch sechs Folgen Aber Es können auch Zehn werden Wenn ich mich wieder so anstelle Naja, egal Äh, hallo Das Ambrose Niki und ich haben uns hier gerne Filme angesehen Jetzt ist es nur noch ein Tanzclub Bifold hat uns sicher bemerkt Bifold hat uns sicher bemerkt Bifold hat uns sicher bemerkt Hallo Hallo Hi Hallo Hi Hi Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da einfach so rein spazieren kann Muss mich doch 100% anstellen Oder ist er jetzt damit abgelenkt Er kriegt das nicht mit Er kriegt das nicht mit Was für ein Türsteher Hi Ich bin Josette Lado Willkommen zu DotConnection Melodie teilen Sie mit allen Orkungs und Musik Ich hoffe, dass Sie nicht bemerken und freuen haben Ich bin die Frau Willkommen zu DotConnection Okay Okay, dann legen wir mal Profile von den Gästen an Okay, was habe ich da jetzt gekriegt Alter, was ist die Alter, Junge Ernsthaft? Wow Ich muss mich mit dem Hacken anscheinend beilen Sorry, ich möchte Hallo Ich würde hier gerne mal vorbei Danke Danke Hau ab Verdammt Geh mal an Ein Vorfall ist das Ding Ja Ja Mach mal weiter so mein Freund Ah, okay Hat es dein Challenge schon gereicht Alter Ganz ehrlich Auch wenn das Ding, glaube ich Ganz geil sein könnte Ey, der Mann, da stand doch Hacken Das ist viel, viel zu basslastig Also ich bin halt nicht so für so Untergrundschubzeug Okay, das ist er jetzt hier Muss ich jetzt von echt allen? Boah, ist ja böse Und ich hoffe bloß, dass jetzt YouTube da nicht wieder meckert Oder die Rechteinhaber Das kann nämlich gut sein Wäre nicht das erste Mal, dass ich das in dem Spiel habe Wenn das der Fall sein sollte Dann durfte hier Was ganz anderes Äh Kommen wie gerade Aber der Track geht eigentlich Wäre mir zum Tanz aber trotzdem zu langweilig Aber gut, das Ich bin halt ein bisschen anders Wie soll ich denn jetzt noch hacken hier? Nein, ste- Wo ist das Ding da raus, Junge? Das brauchen wir noch Ich geh mal hier hoch Was? Ja Da haben wir noch was Äh Hallo Da haben wir auch noch was Ich hack hier einfach Einfach alles Boah, jetzt muss ich da hoch Wie komme ich jetzt da hoch? Muss ich wahrscheinlich jetzt Okay Ich kann mich also auch schnell bewegen Schön Ist doch überhaupt nicht laut Oh Ähm Ja Ich komme da aber gar nicht hoch Scheiße Kann ich das auch von hier unten machen? Ich hoffe So wie es aussieht nicht, wa? Shit Komm, hier komme ich auch nicht hoch So ein Dreck aber auch Ja, die Kamera bringt mir ja nicht viel, oder? Da kann ich mich da irgendwie hoch Was, was, was? Ich habe mich da und schau dich zu seinem Kollegen und meinst Leg ihn die Handschellen an Dann kann ich auch mit seinem Kollegen Leg ihn die Handschellen an